Hallo und herzlich willkommen zum GynCast, der völlig unzensierten Sprechstunde mit Dr. Mandy Mangler, heute mal wieder aus einem Bereitschaftszimmer im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin-Schöneberg. Auch heute haben wir wieder einen Sponsor, deshalb machen wir zuerst ein bisschen Werbung, bevor wir zum Thema der heutigen Folge kommen. Unsere imaginäre Frau, die wir durchs Leben begleiten, ist ungewollt schwanger. Mehr dazu nach der Werbung, die jetzt beginnt. Der GynCast wird heute unterstützt von der Gesichtspflegemarke Pinup Secret. Pinup Secret ist ein französisches Unternehmen, wurde 2015 gegründet, das Kosmetik entwickelt für empfindliche Haut, die zum Beispiel unter Psoriasis leidet. Und um auch hier wie gleich im Podcast die medizinische Sprache zu übersetzen, Psoriasis ist Schuppenflechte. Die Produkte sind aber auch super für Menschen mit Neurodermitis oder zu Allergien neigende Haut und sind aus natürlichen Produkten ohne Tierversuche hergestellt, zum Großteil handgefertigt. Pinup Secret hat zum Beispiel eine reichhaltige Tagescreme im Programm, außerdem eine Sandstelle sanfte Gesichtsseife, die mit ein bisschen lauwarmen Wasser stärker aufgeschäumt ganz einfach zur Maske umfunktioniert werden kann. Das ist praktisch, wenn man beispielsweise auf Reisen wenig mitnehmen will. Auch sehr angenehm fand ich die Maske aus Schlamm vom Toten Meer, Avocadoöl und Bienenwachs. Das Geheimnis der Produkte von Pinup Secret ist die Milch von Ziegen. Ziegenmilch enthält Panthenol und schützt so den Säuremantel der Haut. Schon Hippokrates soll sie als Heilmittel eingestuft haben. Die Ziegen werden auf einem Gutshof per Hand gemolken, die Zicklein der Geißen sind dabei schon komplett abgestillt. Die Tiere können sich frei auf dem mehrere Hektar großen Rasen bewegen, der nicht mit Pestiziden oder Düngemittel behandelt wird. Und auch in ihren Fortpflanzungszyklus wird nicht eingegriffen. Die Ziegen fressen nur, was auf dem Gelände wächst und die Cremes und Seifen werden komplett auf dem Gut hergestellt, bevor sie in silbrig-goldenen Tiegel und Flakons ihren Weg zu uns in die Badezimmer finden. Die Produkte sind übrigens nicht parfümiert, duften nur dezent nach Lavendel oder Teebaumöl, nach Salbei und Meersalz und ganz und gar nicht nach Ziege. Wenn ihr Interesse habt, könnt ihr bei der Bestellung einen Rabattcode verwenden. Er lautet GYNCAST40 und ihr bekommt damit 40% Rabatt. Das war die Werbung. Wir sind zurück und begrüßen euch nochmal sehr herzlich zu unserer 22. Folge GYNCAST. Mandy, vielen Dank, dass du dir auch heute mal wieder für uns Zeit genommen hast. Ja, ist mir wie immer eine Freude. Hallo Julia. Hallo Esther. Hallo. Hallo. Esther, wie du ja anfangs schon gesagt hast, wird es diesmal um das Thema Schwangerschaftsabbruch gehen. Wir haben bei der Vorbereitung schon schnell gemerkt, dass es so viele Aspekte gibt, die wir berücksichtigen wollen. Also rechtliche, medizinische, gesellschaftliche, ethische. Aber dann auch die Frage, wie ist die Lage in anderen Teilen der Erde? Welche Geschichte hat der Abbruch? Wir haben dann im Vorfeld mit vielen Expertinnen dazu gesprochen und für euch Archivmaterial und Studien gewälzt, um euch ein möglichst rundes und realistisches Bild zu vermitteln. Und deswegen werden wir das in mehreren Folgen tun. Heute soll es erstmal ganz konkret um den Zugang zu einem Schwangerschaftsabbruch in Deutschland gehen. Wir haben uns übrigens gegen eine Triggerwarnung entschieden, aber hier trotzdem der Hinweis, dass diese Folge natürlich Fragen aufwerfen kann oder auch ambivalente Emotionen erzeugen kann. Danke für eure vielen Fragen und Hinweise, die uns über Instagram erreicht haben. Wir werden dann versuchen, das alles zu beantworten. Aber vielleicht erstmal ein paar Zahlen vorab. Während wir uns hier unterhalten, und ich gehe jetzt einfach mal so von einer Stunde ungefähr aus, treiben laut Lancet, das ist eine wissenschaftliche Zeitschrift, etwa 8000 Frauen auf der ganzen Welt ab. In Deutschland sind es derzeit gut 100.000 pro Jahr, wobei 72 Prozent der Menschen zwischen 18 und 34 abtreiben. Was dann ja auch heißt, dass das Bild, das uns viele Vorabendserien suggerieren, dass es also mehrheitlich Teenager-Schwangerschaften sind, die beendet werden, schon mal nicht mit der Statistik übereinstimmt. Ja, genau. Interessanterweise werden dreimal so viele Schwangerschaften bei über 40-Jährigen beendet als bei unter 18-Jährigen. Und unsere imaginäre Frau gehört jetzt also auch dazu. Ihre Blutung ist ausgeblieben und sie stellt vielleicht mithilfe eines Schwangerschaftstests aus der Drogerie oder während des Besuchs bei der Gynäkologin fest, dass sie schwanger ist. Und sie weiß ziemlich bald, sie kann sich nicht vorstellen, ein Baby zu bekommen. Was die Gründe dafür sind, darüber wollen wir an dieser Stelle ganz bewusst nicht spekulieren. Denn häufig neigen wir dazu, bestimmte Gründe dann so moralisch einwandfreier zu finden als andere. Und wir werten da gerne, wie ich auch aus zahlreichen Diskussionen mit meinen Medizinstudentinnen in Kursen weiß. Und wisst ihr eigentlich, wie viel Zeit unserer Frau laut Gesetzbuch für ihre Entscheidung bleibt? Ja, also in Deutschland ist ein Abbruch innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen straffrei. Aber ich habe mich gefragt, wie rechnet Frau da eigentlich? Also ab dem ersten Tag des letzten Zyklus oder an dem Moment der mutmaßlichen, also ab dem Moment der mutmaßlichen Empfängnis. Weil das wäre ja dann ein Unterschied von etwa zwei Wochen. Stimmt. Und also man könnte auch einfach sagen, dass ein Abbruch bis zur vierzehnten Woche nach Beginn der Menstruation straffrei bleibt. Das sind dann zwölf Wochen ab der Empfängnis. Und die Frage war ja, wie lange kann sich die Frau die Entscheidung offen lassen? Das wäre dann also bis etwa eine Woche vor Ablauf dieser Frist. Nochmal, so lange ist der Abbruch in Deutschland straffrei. Strafrei, aber das bedeutet ja nichts anderes, als dass er nach wie vor illegal ist. Voraussetzung für diese Straffreiheit ist ein sogenanntes Beratungsgespräch. Und Mandy, du hast dir mal einen Termin dafür geben lassen. Kannst du erzählen, wie das für dich war? Ja, genau. Ich habe dieses Beratungsgespräch wahrgenommen. Eine kirchliche Beratungsstelle habe ich aus naheliegenden Gründen dann erstmal von vornherein ausgeschlossen. Und deshalb bin ich dann als erstes auf die Website von Pro Familia gegangen. Da irritiert mich allerdings der Name schon so ein bisschen. Aber gut. Und es war am Wochenende. Da konnte ich erstmal keine Termine vereinbaren. Aber dann habe ich montags wieder angerufen und dann einen Termin für eine Telefonberatung bekommen. Das ist einer der Vorteile der Pandemie. Sonst muss man da ja schon persönlich auch hin. Und das Gespräch hat ungefähr so 15 Minuten gedauert und hatte so was Seelsorgerisches. Und dass es telefonisch war, das hat es, wie gesagt, deutlich einfacher gemacht. Denn ich musste ja mit dieser Fremden sprechen. Und wenn ich vor ihr hätte sitzen müssen, dann hätte ich mich, glaube ich, auch schon noch mehr irgendwie beobachtet und so ausgeliefert gefühlt. Hat denn die für dich fremde Person versucht, rauszufinden, ob dich irgendjemand zu dieser Entscheidung drängt? Eltern? Ein Partner? Naja, also ich hatte schon das Gefühl, mit einem Profi zu tun zu haben. Also sie hat mich da so eher behutsam, aber auch zielstrebig abgetastet, also so die Lage gecheckt und mir dann so auch zum Teil so Worte in den Mund gelegt oder meine Sätze so vervollständigt. Also die Frau war sehr, sehr nett. Aber am Ende des Tages eben niemand, mit dem ich in einer solchen Lage freiwillig geredet hätte. Und sie hat dann auch irgendwie so ganz gezielt danach geforscht, ob ich unsicher bin oder traurig. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass sie mich darauf hinweist, dass laut verschiedener unabhängiger Studien die meisten Menschen nach einem Schwangerschaftsabbruch erleichtert sind. Wir haben auch eine Nachricht von einer Hörerin bekommen, die so ein Beratungsgespräch hinter sich hat. Und die hat uns geschildert, was sie sich da für Sprüche anhören musste bei so einer vermeintlich neutralen Organisation. Sie hatte nämlich schon vier Kinder, als sie sich zu einem Abbruch entschied. Und da fiel dann tatsächlich der Spruch, wo vier Kinder groß werden, wird auch ein fünftes groß. Platz ist in der kleinsten Hütte, wenn auch so ein Spruch oder auch Hauptsache das Kind wird geliebt. Alles andere kommt dann schon. Oder währst du erst mal Mutter und dann wirst du schon sehen, wie schön das ist. Ich habe in der Taz so ein Interview gelesen mit einer Frau, die diese sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatungen bei der Diakonie macht, also bei der Sozialeinrichtung der Evangelischen Kirche. Und sie hat gesagt, die allermeisten sagen, sie sind sich ganz, ganz sicher, dass sie einen Abbruch wollen, weil sie denken, sie müssten sich rechtfertigen, dürften keine Zweifel zeigen. Obwohl Zweifel, und sei es nur ein ganz kleiner Teil, zu so einer Entscheidung dazugehören. Und in dieser Beratung dürfen die noch einmal sein. Ich sage deshalb immer gleich am Anfang, der Beratungsschein liegt schon für sie bereit. Sie bekommen den auf jeden Fall. Naja, und ich finde, Schwangerschaft kann ja auch immer ein ambivalentes Gefühl hervorrufen, auch selbst, wenn man sie wollte. Ja, genau. Und dennoch ist es ja auch vorstellbar, dass unsere junge Frau eben gar nicht zweifelt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht ganz junge Frauen, die sonst niemanden zum Reden haben, so ein Termin durchaus helfen kann. Mandy, wie denkst du denn nach der Erfahrung über die Pflichtberatung, die von manchen ja auch Zwangsberatung genannt wird? Hältst du das für sinnvoll, um eben die Entscheidung gegen eine Schwangerschaft noch mal aus anderer Perspektive zu sehen? Oder ist dieser Termin für dich nichts weiter als eine Bevormundung des Staates? Für mich persönlich ist das schwierig. Also ich fühle mich da irgendwie doch bevormundet und würde lieber selber entscheiden, mit wem ich darüber rede und dass ich darüber rede und fände es vielleicht so als freiwilliges Angebot besser. Aber klar, es wird sicherlich auch vielen helfen, da einen Kanal zu finden, den sie sonst nicht haben. Aber im Prinzip ist es für mich so wie vor so einer Knieoperation, dass man da nochmal eine Beratung aufsucht, ob man sich da auch wirklich sicher ist, oder? Oder wie findet ihr das? Also ich glaube schon, dass die allermeisten sich diesen Schritt ziemlich gut überlegen, auch schon ganz alleine. Und fände es daher eher angemessen, dass jeder schwangere Mensch Zugang zu so einem Beratungsgespräch bekommt. Aber dass es eben ganz und gar nicht eine Pflichtveranstaltung ist. Ja, aber also die Person, mit der ich gesprochen habe, die ja sehr, sehr, sehr professionell war. Ich hatte den Eindruck, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte überhaupt nicht darüber reden, dass sie das akzeptiert hätte. Und dass es bestimmt auch so eine Situation gibt, wo die Frau dann sagt, ich möchte das jetzt mit Ihnen nicht besprechen und dann geht es wirklich nur ums Organisatorische. Da war sie auf jeden Fall Profi genug dazu. Ich frage mich halt immer, ob wenn dieser Zugang zum Beratungsgespräch nicht verpflichtend ist, ob er dann überhaupt eingerichtet wird, also ob dann tatsächlich Ressourcen dafür locker gemacht werden, dass in so einer freiwilligen Veranstaltung Menschen dieses Gespräch bekommen. Und es ist ja toll, dass es diese Institutionen gibt, Menschen, die sich darum kümmern und vor allen Dingen auch Institutionen außerhalb der Kirchen. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wenn das freiwillig wäre, dass sich dann die Kirchen darauf das Monopol sichern würden. Naja, also jetzt hat unsere junge Schwangere auf jeden Fall den Beratungsschein und mit dem kann sie dann einen Termin für einen Abbruch machen. Wobei zwischen Beratung und Abbruch dann drei Tage liegen müssen. Genau, also diese drei Tage Zwangsverzögerung, die die deutsche Regelung vorsieht, die finde ich auch ein bisschen problematisch, weil die sozusagen schon implizieren, dass man sich vorher keine Gedanken gemacht hätte und dass es eben nochmal diesen verzögernden Moment braucht. Aber vielleicht können wir an dieser Stelle einfach mal ganz kurz erzählen, wie die aktuelle Rechtslage ist. Ja, gerne. Julia, du bist die Juristin unter uns. Du kennst dich doch sehr gut mit Paragraphen aus. Ja, nur dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich kann euch zwar was zum Kriegsrecht erzählen oder zum Seerecht, was übrigens bei dem Thema auch relevant werden kann. Aber okay, ich versuche es mal mit dem deutschen Recht. Wisst ihr denn, dass es den hier relevanten Paragraph 218 schon ziemlich lange gibt? Wisst ihr, seit wann es den gibt? Der ist entstanden 1871, also Gründung Deutsches Kaiserreich und damals stellte das Strafgesetzbuch jeden Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich unter Strafe. Die Strafe konnte zwischen sechs Monaten und fünf Jahren Zuchthaus variieren, aber war schon relativ drastisch. Und 56 Jahre später, 1927 nämlich, wurden dann zumindest Abtreibungen aus medizinischen Gründen von dieser Strafe ausgenommen. In der ganzen Debatte, das fand ich so interessant, spielten übrigens nicht nur religiöse Gefühle eine Rolle, sondern immer auch die Notwendigkeit einer wachsenden Bevölkerung in Kriegszeiten. Und dieser Paragraph 218 hat dann die Frauenrechtlerinnen der Weimarer Republik überlebt, die NS-Zeit, die Nachkriegszeit und die Sixties. Erst der damaligen Frauenbewegung ist es dann zu verdanken, dass Anfang der 70er Jahre das Thema nochmal diskutiert wurde. Und zwar bekannten damals im Stern 374 Frauen, ich habe abgetrieben. Darunter zum Beispiel Romy Schneider oder Senta Berger. Ja, lustigerweise gab die Initiatorin dieser Aktion nämlich Alice Schwarzer Jahrzehnte später zu. Sie habe eigentlich gar nicht abgetrieben, aber sie hat das dann so begründet, dass sie das auch in der Notlage getan hätte. Also die Aktivistinnen in den 70er Jahren, die haben sich für das Selbstbestimmungsrecht eingesetzt, die hatten auch keine Lust, sich von einer männerdominierten Politik verurteilen zu lassen und haben dann auch ein Schlaglicht auf die Tatsache geworfen, dass der Zugang zu Abbrüchen abhängig vom Kontostand war. Wer also genug Geld hatte, der konnte mal kurz ins viel liberalere Holland fahren oder in die Schweiz und Frauen mit wenig Geld mussten bei illegalen und nicht fachgerechten Eingriffen mit schlimmsten gesundheitlichen Folgen rechnen. Die SPD und die FDP haben dann damals ein Gesetz ausgearbeitet für eine Fristenregelung, also dass man Straffreiheit in den ersten drei Monaten bekommt. Doch dann gab es eine Klage der konservativen Parteien vom Bundesverfassungsgericht und das hat dann 1975 die Gesetzesreform verhindert. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals argumentiert, das Ganze sei mit dem Schutz des menschlichen Lebens, der ja im Grundgesetz verankert ist, nicht vereinbar. Und da geht es also immer auch um die Frage, soll den Rechten des ungeborenen Kindes oder den Rechten der schwangeren Personenvorzug eingeräumt werden? Und da interessiert mich auch, wie viele Frauen waren eigentlich 1975 Verfassungsrichterinnen? Ja, habe ich nachgeschlagen, Mandy. Also es kann auch sein, dass ich mich verzählt habe, aber ich meine lediglich, Wildtraut Rupp von Brünneck gefunden zu haben. Und zu der Frau gab es auch bei Wikipedia die Information, dass sie in Nazi-Deutschland Wehrmachthelferin gewesen ist. Also sie war auch Mitglied in der NS-Frauenschaft und hat angeblich die Wirklichkeitsnähe der nationalsozialistischen Ideologie gelobt, die am besten dem Wesen der Frau entspräche. Also 1975, und das war übrigens ausgerechnet das Jahr der Frau, also das hat die UN-Generalversammlung damals so ausgerufen, wurde dann nichts aus dieser Fristenlösung mit der Straffreiheit in den ersten drei Monaten. Deshalb haben SPD und FDP dann 1976 eine sogenannte erweiterte Indikationslösung vorgeschlagen. Damit konnten sie sich durchsetzen. Das Gesetz enthielt dann weiterhin das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs und auch diese Strafandrohung. Es sollte dann aber keine Strafverfolgung mehr geben, wenn eine Abtreibung aus ärztlich attestierten medizinischen, ethischen oder sozialen Gründen stattgefunden hat. Ja, und das klingt erstmal wie ein Fortschritt, aber in der Realität sah es dann so aus, dass viele Menschen trotzdem keinen Zugang zu Abbrüchen hatten, weil Ärztinnen oder Kliniken in kirchlich geprägten Gegenden Deutschlands dann das einfach verweigert haben. Ja, und in der DDR war das alles übrigens nochmal ganz anders. Das haben wir hier im Günkas schon mal besprochen. Und wenn ihr mögt, hört doch einfach sehr gerne nochmal in die Folge 12 rein. Da fragen wir uns, hatten Frauen im Osten den besseren Sex und berichten unter anderem von den liberalen Abtreibungsgesetzen in der DDR? Ja, ist der DDR, gutes Stichwort, hätte es nämlich die Wiedervereinigung 1990 nicht gegeben. Dann hätte wohl auch die Gesetzesreform weiter auf sich warten lassen, wahrscheinlich jedenfalls. Nach einem vergeblichen Versuch 1992, der dann wieder vor dem Bundesverfassungsgericht scheiterte, brachte 1995 das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz eine grundgesetzkonforme Regelung. Und das ist die Regelung, die auch gegenwärtig für unsere junge imaginäre Person gilt, die wir hier im Günkas begleiten. Uff, ja, vielen Dank, Professor Prosinger, für die Vorlese. Jetzt hat unsere junge imaginäre Frau also den Beratungsschein. Wie bringt sie denn jetzt in Erfahrung, welche Methoden des Schwangerschaftsabbruchs es gibt und wer sie dann durchführt? Ja, danke, genau. Darauf habe ich schon gewartet auf diese Frage, denn dazu würde ich euch gerne von meinem Telefonat mit der sehr beeindruckenden Dr. Christina Hähnel berichten. Oh ja, unbedingt, meine ich. Christina Hähnel ist ja gerade in allen Medien und sehr bekannt. Sie hat beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde eingereicht wegen dem Gesetz zur Abtreibung und ist Allgemeinmedizinerin, beschäftigt sich schon seit den 80er Jahren mit dem Thema Familienplanung. Sie hat ein Pro-Familia-Zentrum in Gießen gegründet damals und hatte da auch schon mit Abtreibungsgegnern Konfrontationen und hatte damals schon das Thema in die Öffentlichkeit gebracht und sagt aber selber, damals war sie auch irgendwie verletzlicher als junge Mutter mit zwei Kindern und jetzt ist sie schon irgendwie auch vorbereitet auf diese Situation und auch kämpft diesen Kampf jetzt durch. Sie hatte auf ihrer Homepage geschrieben, dass sie Abbrüche mit den entsprechenden Methoden durchführt und das verstieß erstmal gegen welchen Paragrafen, Julia? So, jetzt wird es richtig juristisch. Haltet euch fest, ich zitiere mal Paragraf 219a aus dem StGB, also dem Strafgesetzbuch. Da steht nämlich erstens, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise, erstens, eigene oder fremde Dienste zur Vorname oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens, Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ja, danke Julia. Also Christina Händel wurde also beschuldigt, für Schwangerschaftsabbrüche zu werben. Und in Berlin übrigens ist Dr. Bettina Gaber, auch Gynäkologin und Vorständin der Kassenärztlichen Vereinigung, auch betroffen, weil sie auch auf ihrer Homepage einen Satz stehen hatte, für den sie dann angezeigt wurde. Und vor diesen beiden wurden auch schon immer andere Ärztinnen angezeigt und haben sich dann jeweils entschieden, diese Werbung in Anführungszeichen von der Homepage zu nehmen und Strafen zu zahlen, Geldstrafen. Und dann wurden die Verfahren eingestellt. Oh Mann, ja Werbung, ein total verrückter Begriff, wie ich finde in diesem Zusammenhang. So als würde ich jetzt dadurch auf die Idee kommen, mich für einen Abbruch zu entscheiden. Ja, oder hey, lass mal ungeplant schwanger werden. Meine Gynäkologin, die hat da so sympathisch für einen Abbruch geworben. Ja, also Dr. Bettina Gaber und Dr. Christina Hänel, die wurden also angeklagt, weil sie auf ihren Homepages stehen hatten, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und sie wurden dann zu einer Geldstrafe verurteilt. Und auch in der Revision wurde dieses Urteil dann bestätigt. Und in Christina Hänels Fall war das eine Geldstrafe von 6.000 Euro, bei Bettina Gaber 3.000 Euro. Und beide haben Verfassungsbeschwerde eingereicht und Christina Hänel sogar erst letzte Woche ganz brandaktuell. Was ich völlig wahnsinnig finde, ist, dass es in Deutschland genau zwei Personen gibt, die Christina Hänel und ihre KollegInnen anzeigen. Und das sind natürlich zwei Männer. Der eine kommt aus Klever, heißt Yannick Lukas Hendricks und hat mal gesagt, diese ÄrztInnen anzuzeigen sei sein Hobby. Und der andere nennt sich Klaus-Günther Ann, nur damit ihr diese Namen mal gehört habt. Ja, schlimm. Also mysogyne Typen. Also es gibt doch eigentlich so viele schöne andere Hobbys, zum Beispiel Computerspiele oder Tennis. Ja, genau. Also der Fall 219 liegt also wieder beim Bundesverfassungsgericht. Nochmal kurz zurück zu der im März 2019 neu verhandelten Änderung des Paragraph 219a. Denn die hatte nämlich zur Folge, dass die ÄrztInnen seitdem zwar angeben können, dass sie Abbrüche anbieten, aber nicht, welche Methode sie anwenden. Also Mandy, wenn du jetzt in unserem kleinen Kreis von jetzt etwa 100.000 HörerInnen jetzt sagen würdest, welche Methoden du anbietest, könnten wir bald unser Studium Frauenknast aufbauen. Aber das geht natürlich allein schon deswegen nicht, weil wir ohne unseren Aufnahmeleiter Markus gar nicht senderfähig wären. Ja, das ist super interessant. Also ihr dürftet jetzt sagen, dass ich in meiner Klinik Abbrüche durchführe und auch wie, aber ich darf das nicht sagen. Also ich darf sagen, dass ich sie durchführe, aber nicht wie. Also ich dürfte jetzt sagen, du begleitest auch medikamentöse Abbrüche. Das dürftest du sagen wiederum, ich dürfte das nicht sagen. Dürftest du es bejahen? Tja, weiß nicht. Nein, wahrscheinlich so ein Grenzfall. Du dürftest, glaube ich, nur sagen, das gibt es. Ja, das gibt es. Das kommt vor. Aber ich glaube, ich darf nicht sagen, dass es in meiner Klinik gibt. Genau. Aber es ist eine Methode, die von ÄrztInnen angewandt wird. Ah, okay. Aber ganz im Ernst, die meisten Verfahren gegen ÄrztInnen, die über ihr Leistungsspektrum informieren, wurden eingestellt. Und ich darf euch tatsächlich die verschiedenen Methoden erklären, nicht aber, welche ich zur Anwendung bringe. Und dazu kommen wir in der nächsten Folge nochmal ganz ausführlich. Und zurück zu Christina Hähne. Sie sieht also ihre Aufgabe darin, dass sie mit allen Möglichkeiten, die ihr zur Verfügung stehen, Paragraf 219 abgeschafft bekommt. Und dass sie ihr Leben der Familienplanung oder auch Schwangerschaftsbeendigungen und diesem Thema widmen würde. Das war gar nicht unbedingt ihr Ziel, sagt sie. Und sie ist eine ganz großartige Frau. Und wenn man mit ihr spricht, was ich tun durfte, dann merkt man, wie tief sie in diesem Thema ist und wie sehr sie ihre Überlegungen in die Sache der Frau stellt. Und das ist mir ganz häufig begegnet bei den Vorbereitungen. Auch Dr. Bettina Gaber und die ganzen anderen Frauen, die sich diesem Thema stellen und widmen, wie beeindruckend die sind und wie viel wir ihnen auch verdanken, weil sie eben vorangehen. Übrigens lohnt es sich auch total, Christina Hähnel auf Twitter zu folgen, falls ihr das noch nicht tut. Unsere Tagesspiegel-Kollegin Andrea Dernbach schrieb übrigens zu der Reform von 219a, damals wie immer Mann oder Frau die Frage beantwortet, wann menschliches Leben beginnt. Es ist nicht möglich, den Embryo gegen die Frau zu schützen, die ihn in sich trägt. Außer, indem man sie bevormundet, ihr Mündigkeit abspricht und ihr Tun moralisch abwertet. Wenn man sie schon nicht mehr wie in anderen Teilen der Welt drakonisch bestrafen kann, mag das Patriarchat noch so abgewirtschaftet haben. Sein Geist weht weiter, leider auch in diesem Gesetzesentwurf. Zitat Ende. Wow, unsere Kollegin Andrea Dernbach on fire, oder? Absolut. Mandy, wenn du es bestimmen könntest, wie sähe denn dein Gesetzestext zum Schwangerschaftsabbrüchen aus? So ungefähr ins Unreine gesprochen reicht. Also ich stelle mir in diesem Gesetzestext zu Schwangerschaftsabbrüchen vor, dass diese nicht nur straffrei, sondern auch legal möglich sind, weil das so viel ändert am Umgang mit dem Thema, also auch in der Ausbildung der Ärztinnen und auch gesellschaftlich so einen Impact hat. Dann stelle ich mir vor, dass es eine medizinische Leistung wird, die Schwangerschaft zu beenden, die dann auch von den Versicherungen übernommen wird. Und den Paragraf 219a, den würde ich einfach ersatzlos streichen. Aber bis es soweit ist, Mandy, du hast es gerade schon so angedeutet, lass uns doch mal über die Stigmatisierung von Frauen reden, die durch so einen Prozess gehen. Ja genau, total interessant. Also ich habe im Vorfeld unserer Kollegin Katja davon erzählt, dass ich ein bisschen aufgeregt bin, weil wir uns nun diese schweren und auch ziemlich komplizierten Themas annehmen. Und sie hat da ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen, wie ich finde, als sie nämlich sagte, es entsteht in Diskussionen unter Freundinnen, auch gerade engen Freundinnen, oft eine ganz merkwürdige Stimmung, wenn es um das Thema geht. Also finde ich auch, so geht es mir auch. Du weißt nämlich nie so genau, ob es jetzt für die andere verletzend ist, wenn ich von meinen eigenen Abbruchsplänen oder Erfahrungen erzähle. Denn vielleicht versucht sie ja seit Monaten vergeblich schwanger zu werden oder hatte eine Fehlgeburt, von der ich gar nichts ahne. Und wer ist bereits Mutter und schiebt die Baby Scholz im Zwillingskinderwagen umher und hat deswegen vielleicht auch ein anderes Verhältnis dazu. Und als ungewollt Schwangere ist man womöglich eh schon so mega empfindlich und mag sich nicht reinreden lassen oder eben von Babyplüschgeschichten überzeugen lassen. Und ich finde gerade, wenn mehrere Menschen miteinander sprechen, ist das ganz oft so ein Abtasten. Also wem darf ich was erzählen, ohne verurteilt, belehrt oder eben auch stigmatisiert zu werden. Denn der Vorwurf, Mensch, die ist aber egoistisch, so erst hat sie nicht richtig aufgepasst und jetzt kommt sie nicht klar. Der steht irgendwie immer unausgesprochen mit im Raum. Mendi, du hast uns in dem Zusammenhang auf einen ganz tollen Podcast hingewiesen, der heißt Abortion Diaries. Und zwar hat die US-Amerikanerin Melissa Madera den 2013 ins Leben gerufen, um, wie sie eben sagt, dieses Schweigen, das du beschreibst, Esther, zu brechen, dass Schwangerschaftsabbrüche immer noch umweht. Wir kommen da natürlich nochmal drauf zurück, weil das Thema, die ohnehin schon gespalten in Vereinigten Staaten ja auch noch tiefer spaltet. Ja, danke für den guten Tipp, Mendi. Also mir gefällt an den Abortion Diaries vor allem, dass es ganz normale Menschen sind, die dort ihre Geschichten erzählen und dass es vor allen Dingen auch Raum gibt für solche Gefühle wie Erleichterung oder eben andere positive Gefühle. Ja, und wie ich auf dieses Abortion Diaries gekommen bin, ist, weil mir meine liebste Freundin berichtet hat, wie sie schwanger war als Teenager und ihre Mutter konnte sich nicht kümmern, weil sie war verreist. Und ihre Mutter hat dann wiederum aber ihre eigenen Freundinnen mobilisiert, die dann meiner Freundin ihre Abtreibungsgeschichten erzählt haben und sie damit auch bestärkt haben in dieser Situation. Also so wie so ein eigenes Abortion Diary. Das fand ich ganz, ganz herzlich. Und bei diesem Abortion Diary, also bei diesem Podcast, da gibt es zum Beispiel die Geschichte von Christina aus Birmingham, die erzählt also von ihrer eigenen Abtreibung und sie argumentiert, dass es eine sehr mütterliche Entscheidung von ihr selber war, diese Schwangerschaft abzubrechen. Und dass es auch eine Entscheidung ist, die sie selber als sehr ermächtigend empfunden hat und als sehr selbstwirksam. Man ist dann sehr selbstwirksam. Und sie hat aus dieser Entscheidung sehr viel Kraft geschöpft und berichtet dann auch, wie sie vor der Klinik, in der sie die Abtreibung durchführen lassen hat, dann so eine demonstrierende Abtreibungsgegnerin gefragt hat, wie viele Kinder sie denn eigentlich so unterstützt oder wie viele Kinder ihre Gemeinde aufgenommen hat. Und das finde ich, könnte man die beiden Herren, die zum Spaß Ärztinnen anzeigen, auch mal fragen. Ja, sehr gute Idee. Mir ist noch eine kalifornische Studie aufgefallen mit sehr, sehr vielen Frauen, nämlich sogar tausend, die 2020 im Fachblatt Social Science and Medicine veröffentlicht wurde. Und die hat übrigens ermittelt, fünf Jahre nach dem Abbruch bewertet der überwiegende Teil der Frauen den Eingriff als richtige Entscheidung. Das waren 95 Prozent aller Befragten. Und eine Psychologin sagte dazu, Julia Steinberg aus Maryland, eine schwere Entscheidung ist nicht gleichzusetzen mit einer falschen. Ja, sondern schwere Entscheidungen können auch sehr viel zur Selbstermächtigung beitragen. Und unser Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja vor zwei Jahren eine Studie in Auftrag gegeben, die die psychologischen Auswirkungen von Schwangerschaftsabbrüchen untersuchen sollte. Und das fand ich schon wirklich schwierig. Es sei denn, die Folge dieser Studie ist den Komfort und die Fürsorge, um die Abbrüche zu erhöhen. Aber was soll diese Studie bringen? Entweder es kommt raus, es gibt eine Belastung für die Frauen. Was sagt uns das dann, dass wir es weniger tun? Und wenn es keine Belastung gibt, was sagt uns das dann, dass wir es mehr tun? Also vollkommen unklares Ziel der Befragung. Und aus meiner Praxis kann ich sagen, dass der Großteil der Frauen komplett zufrieden ist und massiv erleichtert über die Schwangerschaftsbeendigung. Deine Kritik, Mandy, teilten ja zum Glück damals viele, als nämlich Jens Spahn mit dieser Studie vorpreschte. Und es gab dann den Vorwurf, dass er sozusagen der Lebensschutzbewegung der sogenannten auf den Leim gegangen ist, die ja schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit den 80ern an dieser Legende des Post-Abortion-Syndrom arbeitet, wonach dann Abtreibungen krank machen und schwere Depressionen verursachen, was aber alles wissenschaftlich längst widerlegt ist. Jetzt hat sich die Studie zum Glück in ihrem Design total verändert und soll bis 2023, bis zum Herbst 2023, tatsächlich ermitteln, was du forderst, Mandy. Also sie heißt jetzt Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer, Angebote der Beratung und Versorgung und will eben zudem erforschen, wie sich die medizinische, aber auch die psychosoziale Versorgung von ungewollt Schwangeren bedarfsgerecht weiterentwickeln lässt. Übrigens fand ich auch sehr interessant, auf der Führungsebene dieser Studie ausschließlich Frauen. Können wir da einfach einen Fortschritt ermitteln? Was mir aufgefallen ist, wir sprechen die ganze Zeit so ganz selbstverständlich vom Wort Abtreibung. Findet ihr das eigentlich gut oder welches alternative Wort behagt euch? Es hat ja schon sowas von einem Boot, das von der Strömung abgetrieben wird. Also Buchläden, wenn sie denn offen haben, verkaufen manchmal in diesen Postkartenständern so Postkarten. Die zeigen so ein gemaltes Bild von einem Fluss und in der Mitte streckt ein Kleriker seine Hände nach oben und man sieht nur den Hut und da drüber steht, der Papst treibt ab, der Papst treibt ab. Das ist ein gesprochene Witz. Abtrieb, Abtreibung hat auch sowas von Vieh-Alm-Abtrieb, oder? In der Schweiz. Merkwürdig finde ich auf jeden Fall den DDR-Begriff auch, Schwangerschaftsunterbrechung, denn ehrlich gesagt, da wird ja nichts unterbrochen. Ja, also in der Medizin sprechen wir von Abruptio oder Interruptio. Interruptio wäre auch Unterbrechung, passt auch nicht so ganz. Und in meiner Klinik sagen wir manchmal so ein bisschen liebevoll. Da ist ja eine Ruppi auf dem OP-Plan und ein anderer Begriff wäre noch induzierter Abort. Ja, ich habe dazu einen Text der Filmemacherin und Kulturwissenschaftlerin Franzis Kabisch gelesen im Missy-Magazin. Die sagt, sie findet das Wort Abtreibung gut. Sie will es sozusagen reclaimen, also wieder zurückerobern, auch für die feministische Bewegung, weil der Begriff eben lange von Boulevardmedien und Fundamentalist in negativ gemacht wurde, als solches aber gar keine negative Konnotation hat, gar keine Konnotation hat. Und sie schlägt vor, wenn man das nicht sagen will, dann analog zu so einer französischen Abkürzung zu sagen, SPSA, also Selbstbestimmter Schwangerschaftsabbruch. Das gefällt mir auch gut. Naja, Hauptsache man sagt halt irgendwas, weil Kabisch hat auch untersucht, wie SPSA in der Popkultur so dargestellt wird. Und ihr ist dabei erst mal aufgefallen, dass ganz oft nur gesagt wird, S wegmachen lassen oder take care of a problem, also dass man es überhaupt nicht benennt. Ja, also Abtreibung in der Popkultur ist sowieso ein ganz, ganz tolles Thema für eine Dissertation, wenn jemand Interesse hat. Vielleicht gab es das auch schon. Ja, ich glaube, das ist genau das, was Franzis Kabisch gerade macht. Jedenfalls betreibt sie Forschung und die Instagram-Seite abortion.tv und weiß wirklich alles darüber. Sie hat noch eine weitere gute Beobachtung gemacht, nämlich dass Abtreibung lange Zeit in Serien, vor allem Vorabendserien, so dargestellt wurde, als sei es definitiv immer eine nervenzerreibende Entscheidung. Und dass eben diese Erleichterung, von der wir ja gesprochen haben und die auch nachgewiesen ist, überhaupt nicht vorkommt. Die Szenen sind dann meistens so, dass da eine ungewollt schwangere Person allein und verzweifelt im Denkprozess gezeigt wird. Sie sitzt im Bus, sie schaut raus, es regnet und dann kommt sie an einem Spielplatz voller Kinder vorbei oder an Müttern, die ihre Buggys schieben und dann gerät ihre ganze Entscheidung plötzlich ins Wanken. Und die Methoden, also das, was unsere Gerichte gern als Werbung bezeichnen, die werden dann auch nicht gezeigt oder auch nur besprochen. Franzis Kabisch bezieht sich da zum Beispiel auf diese Serie Dear White People. Da wird dann nur der Gang in eine Klinik gezeigt und dann ist so eine Lücke, die entsteht. Und sie sagt, diese Lücke hinterlässt eben das Gefühl, Abtreibung ist das Allerschlimmste überhaupt. Es ist so schlimm, man kann es nicht mal zeigen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat dieses jahrzehntelange Narrativ irgendwie gewirkt. Also ich habe, seit wir beschlossen haben, eine Folge zu dem Thema zu machen, laufe ich mit so einem dicken Kloß im Hals rum. Dicker Kloß vielleicht nicht, aber mir fällt dazu noch ein, dass ja in ganz vielen Filmen oder Serien auch gezeigt wird, wie Frauen, die sich für eine Abtreibung entschieden haben, dann im letzten Augenblick es sich anders überlegen. Also sie springen dann noch vom Tisch oder sie schmeißen dann doch die Pillen ins Klo oder sie kommen dann doch eben mit dem Mann zusammen und sie treffen sich in der Mitte der Brooklyn Bridge oder irgend so ein Kitsch. Und ich finde es ganz wichtig, diese ganze Geschichte zu entkitschen und möglichst sachlich und möglichst präzise einfach darzustellen. Genau, das gilt dann ja aber auch für den gesamten Komplex Schwangerschaft, denn die wird ja auch meistens emotionalisiert oder romantisiert dargestellt. Und natürlich gilt das dann auch für die Schwangerschaftsabbrüche. Das ist ja wahrscheinlich für eine Serie und für einen Drehbuchschreiberin total langweilig. Genau, zu wenig Drama. Da ist natürlich kein Drama drin. Insofern lebt ja Hollywood eben genau von diesen Klischees. Aber Franziska bespricht eben auch von diesem Schuld-Scham-Narrativ, dass sozusagen auch Frauen, die sich hinterher gar nicht schuldig fühlen, schuldig fühlen, weil sie sich nicht schuldig fühlen. Und dass das so eine Spirale ist, die natürlich aus der Popkultur auch kommt, weil wir da diese Bilder von den zweifelnden, verzagten Schwangeren gezeigt bekommen. Ja, und da ist dann manchmal sind die Gefühle die Geißel, die uns dann geißeln und hemmen. Deswegen finde ich euren Vorschlag, dass man da mehr Nüchternheit und Sachlichkeit in das Thema bringt, extrem hilfreich. Und zumal das halt so ist, dass Schwangerschaftsabbrüche, wenn sie professionell durchgeführt werden, dann sind die nicht medizinisch riskant. Und da gibt es schon auch ein paar andere Beispiele, auch in Serien. Habt ihr zum Beispiel diese Serie Sex Education gesehen? Natürlich. Da treibt doch Maeve gleich zu Beginn ab und das wird dann eher so als empowerndes Event dargestellt. Genau, mit einer La-Ola-Welle, die die Frauen da miteinander machen. Das beschreibt Franziska Bisch auch. Und ich bin dann über ihre Seite Abortion TV auf so kleine Sketche von der amerikanischen Comedy-Serie Control-Alt-Delete gekommen. Die gibt es über Vimeo frei zum Anschauen. Und das ist tatsächlich sehr lustig, was ich nicht erwartet hätte. Also nicht nur Sachlichkeit, sondern auch Humor funktioniert vielleicht. Weil man lacht ja nicht über die Abtreibung, sondern über die Situation, in die uns das Leben bringt. Also die intimen Fragen, die wir dann in sterilen Wartezimmern beantworten müssen. Da gibt es zum Beispiel die Tochter, die ihrem Vater verheimlichen will, dass sie jetzt einen Abtreibungstermin hat. Er findet es aber raus und ist dann total sauer. Aber eben nicht darauf, dass sie schwanger ist oder darauf, dass sie das Kind nicht bekommen will, sondern dass sie das wirklich ohne ihn machen will. Und dann fährt er sie an und sagt, I won't miss my daughter's first abortion. Und erinnert ihr euch an Dirty Dancing? Da spielt auch Abtreibung eine entscheidende Rolle. Man weiß das gar nicht mehr so genau. Und ziemlich modern eigentlich für damals auch. Und ich finde vor allem dieses Herumdrucksen sollte ein Ende haben. Das hilft einfach keiner. Und ob ihr es glaubt oder nicht, das gibt es auch immer noch unter Medizinerinnen. Denn im Medizinstudium wird Abtreibung so gut wie gar nicht gelehrt. Dazu konnte ich mit Leonie Kühn sprechen. Sie ist Mitglied von Medical Students for Choice in Berlin. Und durch deren Unterstützung gibt es seit dem Sommersemester 2019 in der Charité ein Seminar zum Schwangerschaftsabbruch. Und das berührt ethische, soziale und rechtliche Aspekte. Aber die medizinischen Aspekte, die fehlen meist gänzlich. Genau das hat mir mein Cousin erzählt. Er steckt gerade mitten im Medizinstudium und hat extra noch ein paar Kommilitonen innen aus anderen Städten gefragt. Es wurde einfach gar nicht besprochen in den Vorlesungen. Die haben immer darauf gewartet. Bei einem seiner Kumpel gab es dann so einen Film zum Thema als Zusatzmaterial verlinkt. Aber Sie sagen halt, wenn, dann geht es immer um die moralischen Aspekte und nicht um die medizinischen. Dabei sind es doch, Mandy, wenn ich da richtig informiert bin, mit die häufigsten gynäkologischen Eingriffe. Das klingt ja ganz schön realitätsfern für so ein Medizinstudium. Wie kann das denn sein? Ja, das ist, das finde ich auch, das ist traurig. Aber vielleicht kommt man über die Diskussion des ethisch-moralischen dann zu dem Punkt, dass es was feministisch Notwendiges ist und auch was Empowerndes und was gesellschaftspolitisch unterstützt werden muss. Aber konkret im Medizinstudium läuft es dann so, dass eine Patientin mit Unterbauchschmerzen besprochen wird. Und da wird der Fall von einem Schwangerschaftsverlust besprochen. Und da kommt dann eben auch so der Schwangerschaftsabbruch vor. Sehr abhängig auch von den Dozierenden. Und an anderen Universitäten außerhalb Berlins ist die Lage genauso unterversorgt, was die Lehre zu Schwangerschaftsabbrüchen betrifft. Und auch in der Charité war das Thema nicht einfach zu integrieren. Da gab es Widerstand aus unterschiedlichen Richtungen. Was mir mal wieder beweist, wie konservativ auch Frauenärztinnen unterwegs sein können und gesellschaftspolitische Strategien zementieren können und ihre Funktion als Weichenstellerinnen nicht wahrnehmen manchmal. Das ist schon schwierig. Also ich kann echt nicht glauben, dass man theoretisch ein ganzes Medizinstudium durchlaufen kann, ohne jemals davon gehört zu haben, weil es nicht auf dem Lehrplan steht. Lehrplan, ich weiß nicht, ob das auch im Medizinstudium so heißt oder das Curriculum nicht betrifft. Deswegen, ich habe gelesen von diesen Papaya-Workshops. Was hat es denn damit auf sich? Ja, die Medical Students for Choice, die bieten also diesen Papaya-Workshop seit 2015 an. Das sind sehr beliebte Workshops, die auch von der Presse gern begleitet werden. Und da kann man zum Beispiel lernen, an einer Papaya eine Spirale einzulegen oder Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Stell ich mir das richtig vor, die Papaya ist dann der Uterus. Also gibt es da überhaupt irgendwelche Ähnlichkeiten in der Beschaffenheit? Ja, genau. Also zufälligerweise hat die Papaya halt eine innere Höhle. Da sind die Kerne drin. Und die äußere Wand der Papaya, das ist so wie bei dem Uterus, die ist dann so ein paar Zentimeter dick. Und das kann man an einer Papaya schon ganz gut simulieren. Und diese Papaya-Workshops, die werden alle ehrenamtlich angeboten von den Medical Students for Choice. Zwei pro Semester mit ungefähr 25 bis 30 Teilnehmerinnen immer. Und das gibt dann so einen Input-Vortrag, hat mir Leonie Kühn erzählt. Wer sind die Medical Students for Choice? Warum organisieren sie den Workshops? Und dann gibt es einen Teil Anatomie und medizinische Aspekte des Schwangerschaftsabbruchs. Und da wird eben der Fokus auf Inhalte gelegt. Und dann gibt es auch praktische Übungen. Und diese praktischen Übungen, die werden dann unterstützt von niedergelassenen GynäkologInnen. Die bringen Handsauger mit. Und dann werden die Kerne der Papaya abgesaugt. Und die Rückmeldung der Studierenden, die ist immer positiv. Obwohl es Flugobst ist, was extra eingeflogen werden muss. Aber klimatechnisch ist nicht so toll. Nee. Wir sehen darüber hinweg. Mandy, kam das Thema denn in deiner Ausbildung auch vor? Und wie war denn damals eigentlich deine Einstellung? Das interessierte übrigens auch viele HörerInnen. Diese Frage haben wir oft reinbekommen. Ja, also in meinem Studium war es auch nur sehr marginal auftauchend und kam dann sehr auch auf die Dozierenden drauf an, wie sehr das dann vertieft wurde. Und früher hatte ich da auch so eine persönliche Meinung und eine fachliche Meinung. Also sozusagen zwei Meinungen in mir zu diesem Thema. Und meine professionelle Meinung, also meine fachliche, die war da irgendwie toleranter als meine private Meinung. Aber diesen Zustand, den konnte ich glücklicherweise abschaffen. Und meine persönliche und meine fachliche Meinung, die sind heute komplett gleich. Nämlich wie? Also Frauen sollen selbst und ohne Wertung entscheiden können, eine Schwangerschaft abzubrechen. Und wenn ich sehe, dass es Frauen schwerfällt und sie unentschieden sind in dieser Schwangerschaft, dann rede ich mit ihnen darüber und biete ihnen Gespräche an. Oder da gibt es ja eben die Institutionen, über die wir gesprochen haben. Oder ich schicke sie auch zu meiner sehr kompetenten Kollegin Dr. Dr. Petra Speeg. Übrigens eine noch kinderreichere Gynäkologin in Berlin als ich. Sie hat sieben Kinder und davon zweimal Zwillinge. Respekt. Benni, das sind zwei Kinder mehr als du hast. Das kannst du nicht auf dir sitzen lassen. Aha, ja genau. Sie ist spezialisiert auf psychologische Konflikte in der Schwangerschaft und mit ihr kann man dann über seine Situation sprechen. Denn viele Frauen erleben halt ihre Schwangerschaft als ambivalent. Und selbst Frauen, die einen Kinderwunsch haben, die haben dann nicht nur freudvolle Gefühle, wenn sie schwanger werden, sondern auch ambivalente Gefühle. Und manche informieren sich dann über einen Schwangerschaftsabbruch in dieser Zeit und manche führen dann auch einen durch. Als Chefärztin hast du ja auch Einfluss auf Personalentscheidungen. Also wenn du jetzt eine neue Gynäkologin einstellst, fragst du dann schon im Vorstellungsgespräch ab, ob sie auch Abbrüche macht? Ja, das tue ich schon seit geraumer Zeit. Das hat mein Vorgänger Herbert Mecke mir geraten. Und ich möchte gerne, dass jede im Team dazu bereit ist. Und ich möchte nicht, dass ich Dienstpläne so gestalten muss und gucken muss, wer ist dann da. Oder dann so Diskussionen entstehen, der und der ist gerade im Urlaub. Und da gibt es ja auch Zahlen, gerade im ländlichen Raum, dass der Zugang zu Abtreibungen immer schwerer wird, weil immer weniger ärztliches Personal verfügbar ist. Und da gab es einen Vorstoß der Grünen in Baden-Württemberg, die dann die staatlichen Kliniken dazu verpflichten wollten, schlicht, damit die Versorgung sichergestellt werden kann. Und da gab es eine große Protestwelle dagegen. Aber ich finde das schon richtig. Wir sind halt GynäkologInnen und gesellschaftspolitisch unterwegs. Das ist Teil unserer Arbeit. Der Vorstoß war ja auch eine Reaktion darauf, dass die Versorgungslage immer schlechter wird. Laut einer Berechnung des ARD-Magazins Kontraste gab es zwischen 2003 und 2018 einen Rückgang um 45 Prozent. 45 Prozent. Also um 45 Prozent hat sich die Versorgungslage in den letzten Jahren verschlechtert. Das ist auch total krass. Und legendär ist deshalb auch die Geschichte meines niederbayerischen Kollegen Michael Spandau, der mittlerweile über 70 ist, der auch nach der Berentung noch weiter Abbrüche vornahm. Einfach, weil es außer ihm in seinem Landkreis niemand getan hat. Und wie schlecht die Versorgungslage in Deutschland ist, wurde ja jetzt auch während der Pandemie ganz offensichtlich, als dann Schwangere besonders auf dem Land den Weg im öffentlichen Nahverkehr nicht mehr riskieren wollten und teilweise bei der niederländischen Organisation Women on Waves Abtreibungspillen bestellten. Und Mandy, war es nicht auch deine Kollegin Gabriele Halder hier in Berlin, die den Satz sagte, was Abtreibung betrifft, ist Deutschland ein Entwicklungsland? Ja, genau. Und Dr. Gabriele Halder hat sich auch sehr engagiert, um die Schwangerschaftsabbrüche weiter voranzutreiben, in die Neuzeit zu bringen. Hat eine App mitentwickelt, die heißt MedApp. Das werden wir nochmal genauer vorstellen. Und hat eben auch sehr viel getan, um telemedizinische Abbrüche an die Frau zu bringen, die dank ihrer Hilfe eben auch jetzt für Frauen, die auf dem Land leben, zugänglich sind. Nochmal ganz kurz zur Versorgung. Bei uns hat sich eine junge Assistenzärztin gemeldet, die arbeitet in einem Krankenhaus mit katholischem Träger. Wir sagen jetzt mal irgendwo in der Mitte von Deutschland. Und sie sagt, sie fühlt sich oft total mies, weil sie PatientInnen, die zu ihr kommen, die Methoden eben nicht erklären darf und sie dann auch weiterschicken muss, weil ihre Klinik eben keine Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Und für sie ist dann absehbar, dass das zu großen sozialen Problemen führt, wenn diese PatientInnen, die da vor ihr sitzen, das Kind bekommen müssen. Oder wenn die einfach immer weitergeschickt werden, was ja auch Stigmatisierung bedeutet. Das heißt ja irgendwie, bei uns nicht. Du musst eben doch in die Schmuddelecke, woanders hin, wir sind uns zu fein dafür. Und das erste war dann ihr Arbeitsvertrag, der uns übrigens auch vorliegt. Da steht tatsächlich ein Kündigungsgrund und der heißt so, Propagierung der Abtreibung oder von Fremdenhass. Ja, Wahnsinn. Also erst mal diese beiden Punkte in einem Atemzug zu nennen und dann ihre medizinische Aufklärung, Propagierung zu nennen, das ist schon wirklich, wirklich der Hammer. Sie bereitet ihre PatientInnen auf etwas vor, hilft ihnen eine gute Entscheidung zu treffen. Also würde man das dann dem Orthopäden vorwerfen? Eigentlich nicht. Ja, und sie hat auch gesagt, dass das Problem in ihrer Region ist, dass dort fast alle Krankenhäuser kirchliche Träger haben. Dass also die Versorgungslage dann ganz praktisch schwierig wird und sie trotzdem diese PatientInnen weiterschicken muss. Du hast uns auch erzählt, Mandy, dass Leonie Kühn von Medical Students for Choice sich wünscht, dass wir alle ehrlicher und enttabuisierter über Schwangerschaftsabbrüche sprechen. Sie, also die Medical Students, die finden es erstaunlich, wie viel Angst und Mythen in der Medizin und Gesellschaft noch kursieren. Bei einer so krassen Rechtsunsicherheit wie derzeit, dann wird auch beispielsweise weniger Forschung bewilligt. Also diese verquasten Paragrafen 218, 219a, die haben echt Folgen. Ja, und man sollte sich Leonie Kühns Meinung nach mit Schwangerschaft und genauso mit ungewollter Schwangerschaft beschäftigen, auch wissenschaftlich. Also das sollte Raum haben in Lehre und Forschung und Fortbildung. Und man kann auch für Medical Students for Choice spenden auf der Website und auf ihrem Instagram. Und Doctors for Choice ist der dazugehörige Bereich für Ärztinnen. So, unsere junge Frau hat jetzt ihren Beratungsschein in der Tasche und was danach passiert, wollen wir dann beim nächsten Mal ausführlich besprechen. Ja, Moment, aber so schnell kommt ihr hier nicht weg, ne? Denn ich hab natürlich wieder ein Mitbringsel für euch. Mandy, wo ist dein Korb? Ja. Gib uns deinen Korb. Hier, bitteschön. Esther, ich lasse dir den Vortritt. Oh, vielen Dank. Ich ziehe hier einen Zettel hervor und ja, es ist ein Farbausdruck. Oh, es ist wahrscheinlich ein Cover, ein französisches, Le Nouvel Observateur. Sehr gut. La liste des 343 Françaises, qui ont le courage de signer la Manifest, je me suis fait d'avôté. Ja. Das habe ich nicht geprobt vorher, meine Damen und Herren. Toll. Also, je me suis fait d'avôté. Ich habe abgetrieben, genau. Und keine geringere als Simon de Beauvoir hat also dieses Manifest in dieser französischen Zeitschrift Le Nouvel Observateur untergebracht. Und da haben eben 343 Frauen unterschrieben und bekannt, dass sie abgetrieben haben. Das war am 5. April 1971. Damals war das also komplett illegal, strafbar. Und das war sozusagen der Vorreiter der deutschen Version, die dann im Stern erschienen ist. Genau, die habe ich jetzt hier in der Hand und ganz prominent links außen, Romy Schneider. Wir haben abgetrieben, 374 deutsche Frauen halten den Paragraf 218 für überholt und erklären öffentlich, wir haben gegen ihn verstoßen. Und das Wahnsinnige an diesen beiden Covern, finde ich, dass es eben zu dieser Zeit strafbar war und dass diese Frauen sich das getraut haben, sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich habe abgetrieben. Das heißt, sie haben illegal auch abgetrieben, unter widrigen Umständen wahrscheinlich. Und ja, das war schon auch eine Gefahr für sie, das so öffentlich zu sagen. Und ich finde das auf der einen Seite ganz, ganz toll natürlich. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, was ist eigentlich seit 1971 passiert in dieser Richtung? Und wo stehen wir immer noch? Und wie viel gibt es noch zu tun bei dem Thema? Es gibt für uns auf jeden Fall noch sehr, sehr viel zu tun. In zwei Wochen geht es schon weiter, wie Julia schon gesagt hat, mit dem Eingriff selbst. Was kostet der Abbruch? Tut er weh? Was bedeutet er für zukünftige Schwangerschaften? Außerdem schauen wir uns in anderen Ländern um. Wie ist die Lage bei unseren polnischen Schwestern? Und wer lenkt die Drohnen, die ihnen die Abtreibungspille Mifepristonen über die Oder bringen? Und wie verliefen Schwangerschaftsabbrüche eigentlich in der Vergangenheit? Habt ihr zu all dem Fragen, wir freuen uns wie immer über Feedback bei Instagram oder schreibt uns sehr gerne, außer ihr seid religiöse FundamentalistInnen, dann schreibt uns bitte nicht an gynkast at tagesspiegel.de. Wir bedanken uns bei Markus Lücker, unserem Lieblingsaufnahmeleiter, der uns wieder einmal nicht nur ertragen, sondern auch bereichert hat und natürlich bei dir, Mandy. Danke. Ja, danke euch. Genießt das warme Wetter, wenn ihr uns in Echtzeit hört. Tschüss. 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 Tschüss.